Der Monat Mai ist wie der Rosenkranzmonat Oktober in besonderer Weise der Verehrung der Gottesmutter Maria geweiht. Die Mai-Andachten, die meist am Abend in der Kirche vor einem mit Blumen geschmückten Marienaltar stattfinden, sind eine beliebte Volksandacht. Diese Andachten kamen bereits im Mittelalter auf, haben aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung gefunden. In den vergangenen Jahrzehnten verloren sie mancherorts ihre einstige Anziehungskraft, wie es auch kaum noch braucht ist, Marienaltäre zu Hause aufzubauen, vor denen einst die Familie im Mai ihre Hausandacht hielt. Doch gerade im Salzkammergut wird diese Tradition, wie auch so viele andere, noch hochgehalten. Ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Mai-Andacht. Heilige Maria, Mutter Gottes, Heilige Maria, Mutter Gottes, Heilige Maria, Mutter Besser. Heilige Maria, Mutter Gottes, Heilige Maria, Mutter Besser Maria, Mutter Besser, Gott Besser. Guter Gott, hilf uns, sodass unser Umgang miteinander von gegenseitiger Verschätzung durchdringen ist. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Er wende mir sein Angesicht zu, und er baue sich dein. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020